Schönen guten Morgen! Wir machen heute alles für den Bauch, die Seiten in mittlerer Bauchmuskulatur. Wir fangen ganz normal an mit ein bisschen Aufwärmen bei der Fußspitze nach außen. Einmal runter gehen und wir strecken eine Seite und andere Seite. Bauchnabel zu dir, wie so eine Rückenkerzen gerade. Das ist gerade ganz kurz ein Warmer. Ein und ausatmen. Streck die Seiten ein und ausatmen, ein und ausatmen. Nicht alle Übungen werden auf der Mate stattfinden. Wenn du keine Mate hast, kannst du auch gerade auf dem Teppich, auf einem Handtuch oder wie auch immer. Ein und ausatmen, ein und ausatmen. Und noch viermal. Drei, zwei und einmal noch Fußspitze nach vorne. Und einmal rechts und links. Einmal leicht twisten. Es gibt auch einen Teil, der ein bisschen Cardio hat. Ein und ausatmen. Ein und ausatmen. Aber alles ist super für die Bauchmuskulatur. Du kannst das auch stoppen oder ein bisschen länger machen. Ein und ausatmen. Ein und ausatmen. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und einmal runter. Pass auf, wir kicken einmal vorne. Einmal hoch und hoch. Aufbauen. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und jetzt kommen die Seiten noch dazu. Einmal twisten, twisten, twisten und twisten. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und die erste Cardio-Runde. Beide Fußspitze nach vorne und wir twisten. Und wir springen rechts und links. Twisten, nicht vergessen. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, zwei. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Und letzte Runde. Acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und perfekt. Eine langsame Runde. Beide Arme nach vorne strecken. Und auch noch zur Wirbelsäule. Und ein, Bein hoch. Immer die gleiche Seite. So hoch wie möglich. Aus und ein. Aus und ein. Und aus. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und zweite Seite. Und aus und ein. Aus und einatmen. Aus und einatmen. Aus und einatmen. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und kurz entspannen. Wir nehmen uns eine Matte. Und wir legen uns auf der Seite. Wir fangen mit einer Seite an. Wir fangen hier an und wir warten hier noch zehn Sekunden. Und eins, zwei und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und Hüfte runter und hoch. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und wir bleiben hier. Beine Weinen gestreckt. Beine Weinen gestreckt. Beine Weinen lang. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und kurz entspannen. Und zweite Seite ist dran. Beine Weinen. Beine Weinen gestreckt. Beine Weinen lang. Und wir fangen hier an. Einmal gestreckt. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zwei. Und acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und wir bleiben hier oben. Und oberer Seite. Einmal Ellenbogen zum Knie. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und das war die zweite Seite. Ganz kurz entspannen. Ein. Und ausatmen. Jetzt kommt noch was. Einmal noch. Ein. Und ausatmen. Ich bleibe hier auf der Seite. Beine Fersen auf dem Boden. Fußspitze nach oben. Und wir nehmen uns ein bisschen hier. Und wir nehmen unsere Arme. Arme um. Und wir machen hier die Seiten. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und ganz kurz hoch. Und noch acht. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf. Und viermal. Viermal. Drei. Drei. Zwei. Und kurz entspannen. Und das Schlimmste kommt zum Schluss. Beine Arme hoch. Beine Beine weg von dem Boden. Und side to side. Und wir twisten dabei. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Letzte Runde. Acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und kurz entspannen. Ein. Und ausatmen. Einmal noch ein. Und ausatmen. Die oberen Seite. Die oberen Seite ist schon fertig. Wir machen die untere Seite. Das heißt, wir legen uns einfach hin. Rücken flach auf den Boden. Nacken. Bleib ganz entspannt. Hände unter deine Hüfte. Und beide Beine. 90 Grad nach oben gebeugt. Und einmal strecken. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und das ist die letzte Serie. Das heißt, wir lassen unsere Beine strecken. Wir machen auf und zu. Und rücken flach auf den Boden. War auch noch etwas zu dir. Mit Säule. Schuhe, den Blick zu sein. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ein. Wächstes Mal. Acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und ganz kurz entspannen. Weiter weiter zu dir. Ein. Und ausatmen. Wir machen eine Variation von dem Fahrrad. Kälte hinten deine Ohren. Ellenbogen. Weg vom Gesicht. Beine rein. 90 Grad gestreckt. Und einmal kommt hier. Ellenbogen zum Knie. Und wir tauschen. Und noch acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und geschafft. Perfekt. Beide Beine zu dir. Und Seite zu Seite. Einen kurzen Stretch. Einen kurzen Stretch haben wir hier noch. Beide Beine gestreckt. Einatmen. Streck deine Arme. Einer Seite. Anderer Seite. Und ausatmen. Einatmen. Einmal beide Beine. Umatmen. Gewicht auf deine Erne. Bauchmuskulatur. Ganz entspannt. Ein. Und ausatmen. Und kniegelen. Wenn du die Arme ein bisschen länger machen möchtest, kannst du auch eine Pause machen. Und dir Zeit lassen. Ein. Und ausatmen. 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 Hüfte gerade nach vorn. Einmal noch ein. Und die nächste Seite. Ein. Und ausatmen. Einmal noch ein. Und ausatmen. Perfekt. Und hier. Fußspitzen auf dem Boden. Und wir rollen uns hoch ein. Und ausatmen. Einmal hochstrecken. Einmal noch ein. Und ausatmen. Loslassen. Und entspannen. Einatmen. Einer Seite strecken. Anderer Seite. Wir strecken uns ganz, ganz hoch. Und... Und geschafft. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns nächstes Mal.